Im folgenden Video geht es darum, mit dem Gauss-Verfahren die Lösung eines linearen Gleichungssystems zu berechnen. Was ist ein lineares Gleichungssystem? Ein lineares Gleichungssystem, auch LGS abgekürzt, besteht aus mehreren Gleichungen mit mehreren Unbekannten oder Variablen. Diese Unbekannten tauchen linear in den Gleichungen auf, die Gleichungen gehören zusammen, sie bilden ein lineares Gleichungssystem. Häufig wird die Zusammengehörigkeit der Gleichungen besonders hervorgestellt, beispielsweise durch Klammern. Gesucht ist nun die Lösung des linearen Gleichungssystems. Diese besteht aus einer oder mehreren Wertekombinationen der Variablen, für die alle Gleichungen des linearen Gleichungssystems eine wahre Aussage ergeben. Der Lösungsweg verläuft über die Anwendung von Äquivalenzumformungen der Gleichungen. Eine Äquivalenzumformung ändert zwar die äußere Form einer Gleichung, jedoch nicht deren Lösungsmenge. Äquivalenzumformungen sind Vertauschen zweier Gleichungen, Multiplikation einer Gleichung mit einem beliebigen Faktor ungleich 0 und die Addition zweier Gleichungen. Um den Schreibaufwand zu reduzieren, schreibt man das lineare Gleichungssystem als erweiterte Koeffizientenmatrix. Die Koeffizienten sind die Vorfaktoren vor den Variablen. Steht eine Variable alleine, so ist deren Vorfaktor 1. Die Koeffizienten vor jeder Variablen werden spalteweise von links nach rechts in eine Matrix eingetragen. Welche Variablen im linearen Gleichungssystem vorkommen, kann nochmal gesondert aufgeschrieben werden. Die Reihenfolge der Variablen wird dabei festgelegt. Die Koeffizienten jeder Variablen erhalten ihre eigene Spalte. Ergänzt wird die Matrix durch eine Spalte, in der die Lösungen der einzelnen Gleichungen eingetragen werden. Manchmal wird diese Lösungsspalte durch eine Linie vor den Koeffizienten getrennt. Aufgrund der vereinfachten Darstellung ist dies jedoch häufig nicht der Fall. Es kann auch vorkommen, dass eine Variable in einer Gleichung überhaupt nicht auftaucht. In diesem Fall muss in der Koeffizientenmatrix an der entsprechenden Stelle eine Null eingetragen werden. Das Gauss-Verfahren ist ein Algorithmus für die Lösung von linearen Gleichungssystemen, der auf Äquivalenzumformungen basiert. In unserem Beispiel haben wir drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Um die spätere Rechnung zu vereinfachen, kann man die am einfachsten erscheinende Zeile, bzw. Gleichung, nach oben tauschen. Welche Umformung im aktuellen Schritt gemacht wird, kann man in geeigneter Form festhalten. So reduziert man die Fehlerhäufigkeit und kann die einzelnen Schritte nachher besser nachvollziehen. Man eliminiert nun Schritt für Schritt die Abhängigkeit der einzelnen Gleichungen von den einzelnen Variablen. Dazu werden in der ersten Spalte der Koeffizientenmatrix unterhalb der ersten Zeile Nullen generiert. Welche Äquivalenzumformungen dabei zum Zuge kommen, sollte man sich notieren. In unserem Fall wird die erste Zeile mit –2 multipliziert und zur zweiten Zeile addiert. In einem weiteren Schritt wird eine weitere Null in der ersten Spalte generiert. Man kann diese ersten beiden Schritte auch zusammenfassen, um Schreibarbeit zu sparen. Sind die ersten beiden Nullen generiert, darf die erste Zeile nun nicht mehr verwendet werden. Man erhält dadurch zwei Zeilen bzw. zwei Gleichungen, die jetzt nur noch von zwei Variablen abhängen. Diese beiden Gleichungen verwenden wir für den nächsten Schritt, in der in der zweiten Spalte unterhalb der zweiten Zeile eine weitere Null generiert wird. Das Gauss-Verfahren für unser Gleichungssystem ist nun abgeschlossen. Bei größeren linearen Gleichungssystemen muss entsprechend fortgefahren werden. Mit dem Gauss-Verfahren haben wir nun Folgendes erreicht. Aus drei Gleichungen mit drei Unbekannten haben wir durch gezieltes Eliminieren der Variablen eine Gleichung mit einer Unbekannten erhalten. Diese Gleichung können wir nun nach der verbliebenen Unbekannten auflösen. Des Weiteren haben wir noch eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Eine davon haben wir jedoch bereits errechnet und können diese zur Berechnung einer weiteren Unbekannten nutzen. Mit den berechneten Unbekannten können wir nun mit Hilfe der dritten Gleichung die verbliebene Unbekannte berechnen. Letztendlich erhalten wir die Lösung des linearen Gleichungssystems. Diese kann auch als Lösungsvektor geschrieben werden. 바� לא� die Untertitelung des ZDF-DEF-電ksb Así. Pfle Schuh Pfle Schuh Pfle Schuh Pfleadas